Gestern kam es in Bangladesch zu einer Vielzahl von Protesten. Die Demonstrationen richteten sich gegen die drastischen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken des Landes. Die Demonstranten forderten mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Erst letzte Woche starben erneut Menschen bei einem Unglück in einer Textilfabrik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020